Hamburg. Hier leben 1,86 Millionen Menschen. In 104 Stadtteilen. Von Plattenbau bis Elbdick. Von St. Georg bis Großborstel. Wir essen 6,7 Kilo Fisch im Jahr und haben 2,1 mal Sextil. Jeden Tag kommen hier 69 Babys auf die Welt. Und jeden Tag ziehen 55 mehr Menschen nach Hamburg als weg. 10.000 neue Wohnungen werden jedes Jahr gebaut. Die Uni im Herzen der Stadt lockt die klügsten Köpfe. Und unser drittgrößter Arbeitgeber, das UKE, baut seine Spitzenposition aus mit modernsten Kliniken und einem weiteren Forschungscampus. Mehr Menschen, mehr Möglichkeiten. Unsere Stadt wächst. Das bedeutet aber auch mehr Verkehr. Jeden Tag melden wir 32 Autos an, um damit 44 Stunden im Jahr im Stau zu stehen. 330.000 Menschen fahren morgens in die Stadt und abends wieder raus. Und immer mehr steigen in die Busse und Bahnen. Der Fünfer ist so voll wie kaum eine andere Buslinie in Europa. Trotzdem leben wir die zweitglücklichsten Menschen Deutschlands. Damit das so bleibt, gibt es nur eins. Wir müssen jetzt handeln. Die U5. Sie wird die neue Lebensader für Hamburg. Sie vergrößert das U-Bahn-Netz um 20 Kilometer, schließt Lücken im Netz, schafft neue Verbindungen, gibt 150.000 Menschen endlich einen U-Bahn-Anschluss. Im Minutentakt und ganz von allein bringt sie uns schneller zum Arbeiten, zum Fußball, zum Shoppen, zum Konzert und zum Feiern. Um 75 Liter Bier zu trinken. Natürlich auch sehr verteilt. Die U5 wird Hamburg nach vorn bringen. Für uns und für zukünftige Generationen. Aber das geht nur mit euch. Deswegen informiert euch, redet mit, bringt euch ein. Auf schnellerdurchhamburg.de